Moin Moin und Grüß Gott, liebe Kunden. Mein Name ist Steffen Hartlieb von der Firma GS Terrassenmontagesysteme. Ich begrüße Sie hier aus unserem TTZ Hille Test- und Trainingszentrum. Herzlich willkommen auch persönlich, nicht nur via YouTube oder via Webex oder Teamschulung, sondern Sie können uns hier natürlich live besuchen, können sich kostenlos schulen und ausbilden lassen, können Ihre Problemsituation mit unseren entsprechend hier vor Ort hochqualifizierten Planern, die nichts anderes machen den ganzen Tag als Terrassenplan und für Sie Ihre Aufträge abwickeln, hier vor Ort besprechen und das auf über 400 Quadratmetern natürlich alles anfassen. So, aber jetzt sind wir bei einem YouTube-Video. Wenn Sie neu sind, herzlich willkommen, sind Sie Abonnent. Herzliches Dankeschön für das Abo. Und jetzt sprechen wir wieder über die Projekte von Kunden. Ja, Sie wissen, für die, die neu sind, wir kriegen immer wieder von Kunden entsprechend für diese Bau-, also für den Bau, den sie mit unseren Produkten realisiert haben, eine Fotostrecke und anhand dieser Fotostrecke können wir dann mit so einem YouTube-Film ihn Step-by-Step zeigen. Punkt eins, immer wieder die Frage, ja, wie fange ich überhaupt an? Ja, so, wenn Sie die Filme mal verfolgen und das ist immer das Schöne, dass wir im Grunde mittlerweile fast 300 Filme haben. Das heißt, wir können wirklich extrem viele, ich sag mal, Terrassen dann zeigen, die so in die ähnliche Richtung gehen oder ähnliches Beuteschema, wie die hier als Anfragen reinkommen, obwohl ich wiederhole, Terrasse ist nie Standard, es ist immer individuell, aber trotzdem kann man im Grunde genommen schon mal eine Richtung geben. Und dann sehen Sie mal, wie Kunden angefangen haben, wie Kunden Sonderbaulösungen gelöst haben. Deshalb gibt es auch bei uns keine Werbefilme oder Shishi oder Hollywood, sondern bei uns ist wirklich nackte Profiltechnik, damit Sie, derjenige, der sich jetzt gerade damit auseinandersetzt, wie baue ich meine Terrasse, welche Möglichkeiten habe ich, was ist wirklich das richtige Produkt dafür, wie kriege ich meine Terrasse dauerhaft, reklamationsfrei, kippelfrei entsprechend gebaut. Und dafür werben wir. Wir werben für perfekte Konstruktionstechnik, weil die Unterkonstruktion, ich sage das in vielen meiner Videos, ist das wichtigste Produkt. Wenn die Unterkonstruktion nicht gut ist, ist sie falsch gebaut, hat sie Fehler, dann wirkt sich das auf Dauer oder kann, aber in den meisten Fällen ist es nun mal so, weil wir wissen ja, wie viele Reklamationen oder Terrassen reklamiert werden, weil die kommen dann zu uns und sagen, Mensch, könnt ihr uns nicht bitte helfen? Und wir machen das dann gerne mit unseren Produkten, deshalb wissen wir genau, wo der Hase langläuft. Und von daher ist es immer ganz, ganz wichtig, bitte sehen Sie die Unterkonstruktion als wichtigsten Teil Ihrer Terrasse. Der teuerste Belag nützt Ihnen nichts, wenn die Unterkonstruktion nicht gut ist. So, also, was hat der Kunde in diesem Video gebaut? Tara, Keramikplatte. Wenn Sie sich wundern als Kunde, warum haben die denn so viele Plattenvideos, dann liegt das im Grunde daran, dass die Keramikplatte oder natürlich auch Betonverbundplatten oder bedruckte Platten gemessen an dem Marktvolumen von anderen Belegen wie Holz WPC in den letzten sieben Jahren so nach oben gegangen sind. Das heißt, eine Keramikplatte hat eben halt gewisse Vorteile bezüglich Reinigung, bezüglich Verschmutzung, bezüglich Dauerhaftigkeit, Wasserwiderstandsfähigkeit, entsprechenden Ausdehnungsverhalten, was auch immer, hat natürlich auch Nachteile, aber sie hat eben halt sehr viele Vorteile und entscheiden Sie es preisgünstig. Also eine gute Keramikplatte kriegen Sie eben halt schon für ein paar Euro und wenn Sie dann noch eine gute Konstruktion haben, dann liegen Sie weit unter 100 Euro pro Quadratmeter und da, wie gesagt, wird es mit entsprechend guten Holz- oder WPC-Belegen oftmals schwierig, obwohl ich das nicht ins Verhältnis setzen will, das ist auch gar nicht meine Aufgabe. Ich will nur erklären, warum so viele Kunden Keramik- oder Betonplatten verbauen, weil es eben halt ein Produkt ist, reversibel, Sie können es leicht auswechseln und so weiter und so fort. So, aber um Platten richtig verlegen zu können, muss man sich ein bisschen mehr Mühe geben als mit Holz oder mit WPC. Warum? Platten werden in Systeme oder auf Sachen nur aufgelegt. Kennen die drei Grundarten der Plattenverlegung, gebunden, das ist, wenn es geklebt wird oder in Mörtel gelegt oder was auch immer, dann die ungebundene Verlegung, kennen Sie auf Rasen, im Schotter, irgendwo einfach hingelegt mit ein paar Fugenkreuzen und es gibt die aufgestellerte Bauweise und dort entwickelt sich eben halt der Markt mittlerweile hin. Aufgestellert hat den Vorteil, ja, für Sie als Monteur auch, Sie können es bei jedem Wetter machen, wetterunabhängig. Eine aufgestellerte Terrasse, Sie müssen keine großen Vorarbeiten machen, weil mit unseren Profillösungen, die wir haben, sind oftmals große Vorarbeiten überhaupt nicht notwendig. Sie können im Grunde genommen alle Systemteile vernünftig anpassen. Sie können im Grunde die Terrasse sofort begehen. Sie sind nicht abhängig von Temperatur, von Wetter. Ja, also es gibt so viele Vorteile und dann kommt zum Schluss natürlich noch der Preis und vor allem auch die Reklamationseinfälligkeit. Und jetzt kommt das Totschlagargument, kleben gegenüber aufgestellert. Ja, aufgestellert Platten können ausgewechselt werden, sie sind reversibel. Ja, wenn Sie eine geklebte Fläche haben und eine Platte geht Ihnen kaputt, dann ist das schon schwierig. Passiert selten, aber kann passieren. Und von daher im Grunde ist aufgestellerte Bauweise so stark in Mode. Und es ist dann auch so, wir sagen das immer wieder bei jedem Video, Entschuldigung, dass ich ein bisschen Größe aushole. Aber es ist halt wichtig, Ihnen das mal auch zu sagen. Wir haben halt das größte Sortiment an Aluminiumprofilen, auch für die Plattenverlegung. Und nicht nur an Aluminiumprofilen. Plattenlager, Pads, Randabschlüsse, Randabschlusshalterrahmen pro. Wir haben eine durchbruchsichere Wabe. Das heißt, wenn Sie rein von der Plattenverlegung ausgehen und wir reden von aufgestellert, dann haben wir ein Riesensortiment für Sie. Und das im Grunde genommen führt natürlich dazu, durch Riesensortiment, auch Aufträge. Und deshalb wissen wir auch, was ist gut, was ist nicht gut, weil wir wirklich pro Jahr eben halt ein paar hunderttausend Quadratmeter Terrassenflächen für unsere Kunden hier planen und auch durchführen. Und das sind im Grunde Privatleute, genauso wie Verleger, genauso wie Terrassen über den Handel oder eben halt natürlich auch große Industrieterrassen. Wir machen jetzt, wie gesagt, in Österreich ein Riesenobjekt. Wir machen, wie gesagt, jetzt im März ein Riesenobjekt in Köln. Also von daher, es ist immer ein Mix und deshalb wissen wir sehr gut, was der Kunde braucht und deshalb funktionieren unsere Systeme eben halt auch entsprechend sehr, sehr gut. So, in dem Fall hat der Kunde ein Privatterrasse gebaut. Sie sehen, sie hatte schon eine vorhandene Holzterrasse als Steg. Ist also auch wieder so eine Art Mischbelag, Zusammenführung, zwei Belege. Haben wir auch schon vor ein paar Tagen Video hochgeladen, kommt immer mehr in Mode bezüglich der entsprechenden, zum Beispiel, ich habe einen Grillplatz oder ich habe eine Essenslounge, wo dann, wenn Essensreste auf zum Beispiel Holzterrasse fallen, es entsprechende Flecken gibt, da mache ich dann lieber Platten hin, weil das ist im Grunde mit unserem System überhaupt kein Problem. Oder in dem Fall hatte der Kunde schon eine bestehende Holzterrasse und hat um diese Terrasse drumherum eine neue Terrasse gebaut und die hat er eben halt mit Keramik gebaut und dazu hat er genutzt unser Aluminiumsystem 4538 und hat das entsprechend aufgeständert auf Stelzlager. Sie wissen, Stelzlager bei uns, 200 mm Durchmesser, können Sie auf gefestigten Boden stellen. Der Kunde hatte dort teilabgerüttelte Flächen, das ist nicht unbedingt gefestigter Boden, dauerhaft und deshalb hat er alte Platten, die er hatte, drunter gesetzt und einen Stellfuß und den Stellfuß da drauf, das können Sie machen und letztendlich im Grunde ist es nur mehr Qualität und mehr Stabilität und Sie wissen, wir haben eben halt nicht nur einen Stellfuß zwei oder drei, sondern wir fangen an bei elf Millimeter, gehen bis zum halben Meter hoch, sind wir dann höher, arbeiten wir natürlich aufgeständert aus Vollalumaterial, kennen Sie in vielen Videos und das hat der Kunde dort verbaut. So, und bei den Stelzlagern wissen Sie auch, es ist immer ganz, ganz wichtig, egal ob Sie ein Alu-System verbauen, egal ob Sie WPC verbauen, Holz, was auch immer, Sie müssen natürlich die Unterkonstruktion, die Sie haben, mit dem Stellfuß verbinden. Also, Unterkonstruktion kommt auf Stellfuß, hier stellen Sie dann die Höhe ein und hier haben Sie einen Balkenanschlag, womit Sie jeden Alu-Balken, Holz, WPC-Balken, was auch immer, natürlich, weil wir unsere Stellfüße nicht nur für unser Alu verkaufen, sondern das ist natürlich auch ein Einzelartikel und dann können Sie den festschrauben und somit ist gesichert, dass dieser Fuß aus dem System nicht mehr wandern kann, weil eine Terrasse ist im Grunde genommen entsprechenden Verkehrslasten ausgesetzt. Das heißt, die hat dynamische Lasten, durch Wippen, durch Springen, durch Schieben, durch alle möglichen Sachen, die dort gemacht werden und deshalb ist es ganz wichtig, weil wenn die Terrasse andere, ich sag mal, Gewichte bekommt und die Füße dann entsprechend eben halt vielleicht auch nicht richtig ausgerichtet sind oder was auch immer passieren kann, ist egal, und so ein Fuß da nicht fest ist, dann kann der halt aus dem System raushütteln, sich bewegen und dann kriegen Sie Probleme mit der Terrasse und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja reklamationsfrei, kippelfrei, lang, fest und so weiter. So, und deshalb wird der Hand angeschraubt, so, Schraube rein, ist das Ding fest, wir bieten für unsere Kunden eine entsprechende Montagehilfe, ja, können Sie sich sparen im Budget, können Sie aber auch nehmen, die meisten Kunden nehmen es, da wird ein Klicker da auf den Fuß draufgesetzt und jetzt sind Sie halt in der Lage, im Grunde genommen diese Stellfüße an dieses Aluminium zu klicken. So, es ist jetzt eingeklickt und jetzt können Sie die Stange nehmen und können damit zur Baustelle gehen, können das da hinstellen, wo Sie es wollen. Sie sehen, der Fuß ist fixiert mit dem Aluminium, der bewegt sich in diese Richtung überhaupt nicht mehr, aber in diese Richtung können Sie ihn noch bewegen und das ist sehr, sehr wichtig während der Montage, weil Sie ja noch gar nicht wissen, wo muss ich einen Rücksprung machen oder wo muss ich irgendwas machen und deshalb ist es sehr wichtig, dass der Fuß noch bewegbar ist. Ich wiederhole, hätten Sie ihn jetzt mit einer Schraube festgeschraubt, dann können Sie natürlich wieder losschrauben, Fuß verschieben, festschrauben, aber gut, das ist eben halt ein Montagevorteil, UCP, können Sie nutzen, müssen Sie nicht. So, dann haben Sie das Thema, dass natürlich, wenn Ihr Gewicht draufkommt, sitzt der fest und kann nicht aus dem System wandern. Sie sehen, mit dem Einstellbereich der Füße, ich demonstriere das mal, können Sie nicht nur die Höhe ausgleichen, sondern Sie können auch Niveaus ausgleichen. Das heißt, es gibt ja immer wieder die Diskussion, ja, ich habe ein Gefälle und ich muss das ausgleichen oder ich habe Null und ich muss ein Gefälle geben und alleine durch den Einstellbereich der Füße, ja, Sie sehen das hier, können Sie ein entsprechendes Gefälle geben oder gegen Gefälle arbeiten, obwohl wir nochmal darauf hinweisen, Keramikplatten nicht auf Null legen. So, wenn Sie sich dafür interessieren oder wie manche das sagen, waagerecht verlegen, nein. Immer im Gefälle, wenn Sie das interessiert, warum, bitte einmal YouTube-Kanal, zack, eingeben, Gefälle. Da gibt es ein paar entsprechend spannende Videos, wo wir Ihnen das zeigen, warum das so ist, ja. Nicht, weil wir das wollen, sondern weil es halt technisch so ist und von daher merken, wir können ja nur darauf hinweisen, ja, was wichtig ist für Sie, um eine perfekte Plattenterrasse zu bauen. So, also, Aluminiumprofile entsprechend ausgerichtet, Gefälle können eingestellt werden bis 2,5 allein über den Einstellbereich der Füße. Haben Sie eine sehr, sehr unebene Fläche, ist immer die Frage, arbeite ich überhaupt mit Stelzlagern? Ja, Sie wissen, wir machen ja auch Metallkonstruktionen, wo Sie Stelzlager gar nicht brauchen oder entsprechend mixen mit Stelzlagern, ja. Da gibt es ja auch genügend Filme, um das wirklich kippelfrei dauerhaft festzusetzen. Aber wenn Sie dann doch mit Stelzlagern arbeiten möchten und Sie haben größere Gefälle, dann im Grunde machen wir das durch eine Einstellscheibe, eine feste Einstellscheibe. Die kann man drehen und das sind zwei Keile, die ineinander laufen. Und mit dieser Scheibe können Sie 0 bis 7 Prozent Gefälle geben, egal in welche Richtung, weil es kommt ja dann darauf an, der Bodenausgleich wird dann gemacht, dass die Scheibe dagegen arbeitet. Und die können Sie dann in den Fuß reinstellen, egal ob das Gefälle so oder so ist oder was auch immer. Sie können jeden einzelnen Fuß einzeln ausrichten, aber mit einer festen Scheibe. Wir regeln das nicht über einen beweglichen Kopf, sondern wir regeln das mit dieser Scheibe hier unten, damit der Fuß ist dann auch gleich fest drin. Wir wollen einen starren Kopf haben und somit haben Sie im Grunde die Möglichkeit, natürlich größere Unebenheiten auszugleichen. Wiederhole, wenn Sie eine Fläche haben, wo das nur so ist, dann bitte uns ansprechen. Gibt es andere technische Lösungen, dann ist der Stellfuß eigentlich gar nicht das richtige Produkt. So, also das im Grunde genommen auch dafür, wenn solche Probleme auftreten sollten. Und ganz wichtig bei einem Aluminium, ich habe das hier schon mal hingelegt, das sehen Sie auch im Film, ist, dass Sie im Grunde genommen das Aluminium natürlich fest miteinander verstreben. Ja, das heißt, es nützt Ihnen nichts, wenn Sie einen tollen Aluminiumbalken haben, der sich im Grunde kaum durchbiegt, aber ein Aluminiumbalken neben den anderen, der nicht miteinander verbunden ist. Weil dann wandern die entsprechenden Balken auseinander und dann haben Sie dasselbe Problem. Das heißt, die müssen miteinander verbunden werden und das können Sie natürlich machen mit entsprechender Konterlattung oder Sie können es im Grunde genommen machen in einer Ebene. Ja, das ist im Grunde genommen eben unserem System egal. Kommt auch immer auf die Bauhöhe an, was Sie machen wollen und wie Sie im Grunde bauen wollen. Also ist uns egal und Sie sehen auch, wir haben natürlich Gelenke für Rundungen oder für Schrägen. Wir haben die Winkel, wir haben entsprechende Blendenhalter. Also wir haben zig Applikationen. Wichtig, nicht irgendwelche kleinen Kunststoffhalterchen oder Stopfen, sondern bei uns nur aus festem Metall, weil es eben halt in der Ecofix-Serie verschraubt wird mit Bohrschrauben oder in unserer Aluvario-Serie, Sie kennen das, zwei Systeme, wird es eben halt mit Nutenstein oder mit Hammerkopfschrauben geklemmt. Aber es ist immer festes Metall. So, in den Bereichen der Konstruktion. Füße sind Kunststoff, Halter oben können Kunststoff sein, kein Problem. Aber die Metallkonstruktion wird definitiv nur auch mit Metall verbunden. So, das erstmal nochmal dazu. Also, Stellfüße, Einstellbereich, Aluminium, entsprechend verbinden, haben wir jetzt geklärt. Jetzt kommen wir darauf, wie kriegen wir denn die Platte auf das Alu. So, und da ist es ganz, ganz wichtig, dass man versteht, auch die Systeme und die UCPs. Wir legen mit unseren Produkten, dass wir hier die Platte nicht direkt auf das Aluminium, weil wenn hier die nächste Platte liegt, dann hätten wir im Grunde das Problem von der Wasserabführung. Die Fuge wäre zu und wo läuft das Wasser hin? Und um diese Probleme gar nicht zu haben, weil wir reden in diesem Film ja nicht nur über Keramik, sondern wir reden natürlich auch über Beton und die dürfen nicht nass gelagert werden und deshalb haben wir einen Plattengleiter. Dieser Plattengleiter wird aus Aluminium gesetzt. Den können Sie auch noch justieren, weil er wird später festgeschraubt. Das ist nämlich sehr wichtig, dass man das weiß. Wir könnten auch einen Plattengleiter machen, den man einklicken kann, nur dann wäre er fest. So, und jetzt ist das Problem, wenn Sie eine Alukonstruktion, Sie sehen das ja in dem Film, wie die Kunden arbeiten, schon mal auf eine gewisse Länge ausgerichtet haben und die Platten, je nach Qualitätsstufe, haben die dasselbe Format, springen 0,5, 0,7 oder was auch immer Sie da verarbeiten, dann haben Sie im Grunde nach zehn Platten eben eine entsprechend wesentlich breitere Fuge. Oder Sie haben einen Versatz. Und um das noch ein bisschen zu vermitteln oder dagegen arbeiten zu können, ist es ganz, ganz wichtig, dass unabhängig vom Aluminium der Halter hier oben noch ein bisschen bewegt werden kann und dann, wenn die Platte oder wenn Ihre Plattenreihe vernünftig ausgerichtet ist, dann schrauben Sie den fest. So, Sie brauchen nicht jeden Festschrauben, ich erkläre Ihnen gleich warum, aber das ist erst mal schon der wichtige UCP. Dann sehen Sie, der Plattenhalter selber trennt die Platte knapp 9 mm vom Aluminium. Das heißt, dass im Grunde genommen der Wasserabfluss an allen Ebenen der gleiche ist, weil durch die Fuge fließt eben halt gemessen an der anderen Fläche nicht mehr so viel Wasser ab. Es liegt, Sie wissen das, je nach Format, weit unter 2%. Und deshalb ist wichtig, auch über die Fläche mit Gefälle zu entwässern und deshalb ist wichtig, die vorhandenen Fugen nicht noch zu schließen, indem man eben halt direkt auf irgendeinen Alu drauflegt. So, deshalb der Plattenhalter. Der hat natürlich auch den Vorteil, weil die Platten ja auch nie gerade sind. Sie sind ja immer ein bisschen bauchig oder entsprechend spannungsverarbeitet. Das ist das Herstellungsverfahren. Das ist ja Rohstoff, das kennt jeder. Ja, darum werden ja auch bei Fliesen Ausgleichsmassen an die Wand gemacht etc. Punkt, Punkt. Brauche ich nicht erklären. Aber wichtig ist im Grunde genommen, die Platten sind immer ein bisschen entsprechend, ja, bombiert. Und das ist das Problem bei den Formaten und deshalb auch ganz wichtig, wenn Sie die dann nur auf den Boden legen, dann kippeln die oftmals schon. Legen Sie die auf den geraden Boden und haben eine Platte, die deformiert ist, dann kann die kippeln. Und durch solche punktuellen Lagerungen, ähnlich wie bei Plattenlagern, minimieren Sie auch diese Kippelanfälligkeit. Das ist auch ein Grund für den Plattengleiter. Und ganz wichtig, das Pad, was hier oben drin ist, das hat drei Funktionen. Einmal A natürlich, Sie wissen, eine Keramikplatte im unteren Bereich und natürlich eben halt auch Betonplatten. Die sind nie gerade, ja, die sind immer irgendwo geriffelt oder haben Ausbrüche oder was auch immer damit passiert. Ich wiederhole, je nachdem, welche Qualitätsstufe. Und das Pad drei Millimeter kann das schon mal ausgleichen, ne. Das heißt, die Platte kann sich so ein bisschen verdrücken, sitzt eben halt dann weichgelagert auf diesem Kunststoffhalter. Sie hat natürlich einen Vorteil. Geräuschschutz, ganz wichtig. Und einer der größten Vorteile ist, deshalb machen wir das auch bei unseren Plattenlagern so, ja, dass Sie, wenn Sie eine Keramikfließe einfach auf eine glatte Oberfläche gehen, dann rutscht die. Legen Sie dieses Pad dazwischen, ist das minimiert. Selbe Material, wie Sie das kennen von Transportschutzpads und so weiter. Das heißt, durch die Reibung der beiden Oberflächen wird verhindert, dass die Platten sich leichter verschieben. Hat eben halt dann auch eine entsprechende Verlegequalität, weil die Platte, ich wiederhole mich, wenn sie lose eingelegt ist, entsprechend eben halt schnell zu kippeln und zu verrutschen neigt. So, das ist also unser Terrassengleiterclip, wie auch immer, für Plattenverlegung. Auf dem Aluminium übrigens kann er auch auf anderen Aluminiums aufgebaut werden. Ist auch ein Einzelprodukt. Es gibt wirklich tatsächlich Lieferanten von anderen Systemen, die diesen Kleider bei uns einkaufen, weil er eben halt so individuell einstellbar ist. So, also das haben wir auch geklärt und dann, und wenn wir über UCPs reden, dann sind unsere Systeme ja nicht so, weil wir jetzt sagen, wir haben die Weisheit erfunden oder sonst irgendwas, sondern wir haben, ich wiederhole, pro Jahr mehrere Tausende von Projektplanung und realisierte Terrassen und das sind dann mit im Jahr schon mal ein paar hunderttausend Quadratmeter und wir haben halt die Erfahrung, weil 60 Prozent unserer Belege oder Konstruktionen, die wir verkaufen, sind für Platten, Beton, Keramik und so weiter, weil wir dort dieses Riesensortiment, Sie erinnern sich eingangs, was ich erwähnt hatte, haben für Sie und deshalb machen wir so viele Plattenterrassen und ein UCP neben dem Plattengleiter, ja, Wasserablauf, ist definitiv ein umlaufender Randabschluss, ja, das heißt, wir arbeiten mit umlaufenden Randabschlüssen, die im Grunde genommen dann eben halt an dem Profil befestigt werden, das hat im Grunde hier bei dem Randabschluss Pro zum Beispiel den Vorteil, Sie sehen, der hat ja einen Überstand, Sie brauchen den Stellfuß nicht schneiden oder nur gründfügig, weil jeder, der im Grunde genommen Terrassen baut oder schon mal gebaut hat, weiß, dass eine Wand oft nie gerade ist, das heißt, Sie haben oftmals gar nicht die Chance, den Stellfuß an die Wand zu stellen, ja, und dann wird er in der Hälfte durchgeschnitten oder wird so geschnitten, dass er gar nicht mehr stabil ist und deshalb immer ganz, ganz wichtig, bieten wir Ihnen erstmal diese Möglichkeit, dass selbst wenn Sie den Stellfuß jetzt schneiden, Sie trotzdem einen schönen Überstand haben, Sie haben umlaufend durch diesen Randabschluss, weil der wird nicht nur an der Seite eingesetzt, sondern der wird im Grunde genommen auch hier vorne eingesetzt, also er verbindet auch die anderen miteinander, also ein Strebenersatz, haben Sie eine eingehauste Fläche, komplett eingehaust mit diesem Randabschluss rundum laufen, das heißt, normgerechte Bauteiltrennung ist immer vorhanden, ja, Sie haben im Grunde genommen nicht das Problem, dass irgendeine Platte eine Fassade schiebt und Sie haben, wenn Sie zum Beispiel das nur in Haltern machen, ja, also wenn Sie kleine Halter schneiden und legen dann immer in der Plattenübergabe nur einen Halter hin, haben Sie das Problem, dass je nach Gewicht, Format und Auf- und Abtritt an der Fläche, ne, Sie im Grunde eine Drehwirkung haben, ja, das heißt, Sie treten auf die Kante der Platte und wenn Sie nur zwei Auflagepunkte haben, das finden wir nicht, das können Sie ja ausprobieren, dann haben Sie halt eine Drehwirkung oder können eine Drehwirkung haben und dann kann das im Grunde gefährlich sein, um all diese Punkte überhaupt nicht zu diskutieren, liefern wir ein UCP und bitte Systemvergleich, wenn Sie ein Angebot bekommen, nur umlaufende Randabschlüsse und nicht irgendeine kleine Leiste, sondern richtig stabile Anschlüsse, die auch eine gewisse Breite haben, weil, wenn Sie Platten verbauen, das weiß auch jeder und das sehen Sie in vielen Videos bei uns, dann haben Sie das Problem, dass durch die Formatsprünge, egal wie genau Sie gemessen haben, was auch immer, Sie teilweise ganz kleine Schmutzkanten haben und die Schmutzkanten oder die Reststücke der Platten, die sind nie in der Mitte oder im Eingangsbereich der Tür, da oftmals, je nachdem, was ich dort eingesetzt habe, aber sie sind immer am Rand Und deshalb wird immer am Rand ein umlaufender Randabschluss gesetzt bei unserem System, einmal Randabschluss Pro, so wie ich Ihnen hier zeige, mit dem Seitenanschlag oder im Grunde genommen auch unser Randabschluss Easy, Sie sehen, der ist nicht easy, weil der irgendwie qualitativ schlechter ist, sondern easy deshalb, weil er easy überall auf dem ganzen System eingesetzt werden kann, das heißt, wenn Sie ganz kleine Ecken auskleiden müssen, wenn Sie schwierige Bausituationen haben, Anschlüsse an zum Beispiel sehr, sehr hochwertige Pfosten oder Geländer, dann setzt man diesen ein Und der Vorteil ist, Sie sehen das hier, also er kann überall auf dem System montiert werden und Sie haben eben halt den Vorteil, dass Sie ihn einschneiden können und somit können Sie auch Rundungen nachbilden, weil es gibt tatsächlich runde Terrassen, wir zeigen das ja auch immer ganz gerne Und da ist ein umlaufender Randabschluss genauso wichtig, da könnte ich auch noch nicht mit kleinen Halterchen und Punkten arbeiten und so lösen wir das, was Sie dann im, und dadurch, dass Sie eben halt umlaufen, diesen Randabschluss einsetzen, brauchen Sie auch nicht jeden Plattengleiter festschrauben, sondern jeder fünfte reicht Also auch das ist im Grunde natürlich bedingt durch den umlaufenden Randabschluss Was Sie dann noch sehen, ist auch ganz, ganz wichtig, ich hatte es in einem Video gestern auch schon gesagt, ja, dass wenn Sie Teile oder nicht überdachte Flächen haben, ne, also jetzt ist der Kunde ja unten im Garten Das ist was anderes, ja, da kenne ich die Norm der Wegebau jetzt nicht genau, aber auf dem Flachdach ist ganz klar vorgeschrieben, in gewissen Bereichen, dass wenn Sie entsprechend Teile oder nicht überdachte Flächen haben, müssen Sie im Bereich der Tür, wenn Sie sozusagen barrierefrei bauen, eine entsprechende Trennung einsetzen Einbauung zwischen Belach und der Tür, damit das Wasser dort schneller abfließen kann, man nennt das, man nennt das sozusagen Fassadenrinnen oder Entwässerungsrinnen und diese werden dann in diesen Bereichen eingesetzt, um eben halt dort das Wasser schneller abfließen zu lassen, weil ich erinnere Sie, wenn Sie die Platten dann aufgeständert, zum Beispiel auf Bestandsterrassen bauen, die das vorher nicht, also wenn Sie eine Sanierung haben, dann ist ja oftmals taggleich die Fassade, ja, das heißt, dass das Wasser von dem Belach, ja, wenn der Belach dann sozusagen hier ist die Fassade, können Sie in die Fassade reinlaufen, ne, und Tür ist eine andere Sache mit der Türdichtung, dass es durch den Wind dann durchdrückt, das sind alles so Dinge, die können passieren, ne, aber wichtig ist im Grunde genommen, dass Sie die Möglichkeit haben, dann Gitterroste zu setzen oder eben halt Rinnen von uns und wir haben ja dann nicht nur wieder eine Rinne, sondern wir haben 60, 100, 150, 200 und je nachdem auch mit anderer Lochung und diese werden dann einfach eingesetzt, werden in diesen Bereichen verbaut, hat der Kunde jetzt hier auch gemacht und das Schöne an Aluminium ist, dass die Aluminiumrinnen natürlich entsprechend stabil sind, also unsere zumindest, ja, Sie sehen auch welche Stabilität Sie hier haben, das heißt, diese Rinnen, die wir haben, können Sie genauso einsetzen wie den Belach, also auch genau denselben Abstand, Sie müssen da nicht nochmal was zwischenbauen, weil unsere Rinne hat im Grunde eine Eigenstatik, ja, und diese Eigenstatik ist genau so, wie Sie das kennen von Belegen, also Punktlast hier auch wieder, wir reden wieder von Krankenbetten oder von Rollstühlen, von anderen Dingen, ja, können Sie belasten und können eben halt einen Abstand von bis zu 750 Millimeter gehen, also der normale Abstand dann der entsprechenden Profile reicht, um diese Rinne zu installieren, weil sie im Grunde nicht über einen Kasten arbeitet, sie ist also kein Blech, sondern ist ein eigenes Produkt und ganz schön sehen Sie hier, sie kann eben halt leicht geschnitten werden, sie ist eloxiert, also in den meisten Fällen hat jede Türschwelle eine Ein- und Austrittstür oder eine Hebeschiebetür auch eine Aluminiumschiene, das heißt, der Übergang ist im Grunde genommen also das gleiche Material bezüglich der Frage, ja, ist das kratzanfälliger, fleckenanfälliger, ja, also Ihre Schwelle, die Sie da haben, ist in den meisten Fällen, ja, wenn sie jetzt nicht irgendein, ich sag mal, Kunststoff ist, in den meisten Fällen Aluminium, ja, also von daher, genau dasselbe würden Sie dann als Rinne da vorbauen. So, jetzt habe ich ein bisschen aufgeklärt, nicht nur zu dem Projekt des Kunden, sondern auch generell, was ist wichtig für Sie, was ist im Grunde wichtig zu bedenken, wenn Sie ein Projekt planen, aber dafür haben Sie ja uns als qualitativ hochwertigen und vor allem Profi-Ansprechpartner und jetzt schauen wir uns mal wieder an, was ein Kunde aus unserem System, ich habe es gerade alles erklärt, gebaut hat, dann haben Sie jetzt gleichzeitig zu den Erklärungen auch die Bilder und dann sehen Sie, warum, was, wie verbaut wird, das ist immer ganz wichtig, Bilder sagen mehr als Worte und deshalb höre ich jetzt auf und wir gehen auf die Baustelle des Kunden. Vielen Dank. Vielen Dank. Profi-Material, Profi-Ergebnisse. Der Kunde ist selbst zum Profi geworden, werden auch Sie zum Profi, ja, lassen Sie sich nicht sagen, das geht sich, das gibt es nicht, sprechen Sie mit Leuten, die im Grunde nichts anderes machen als das, nochmal, wir machen nichts anderes als Unterkonstruktion. Nicht nur für Terrassen, mittlerweile auch natürlich für Solaranlagen, Zäune, Fassade, Sie kennen das ja mittlerweile, unser Produktprogramm, da werden Sie in den nächsten Monaten tolle Filme erwarten, ja, weil auch diese Programme entsprechend natürlich sehr, sehr gut angenommen werden, weil wir dort eben halt Profis sind und uns so darauf konzentrieren. Und jetzt bleibt mir nichts weiter zu sagen, arbeiten Sie mit Profis, werden Sie selber zum Profi, wir freuen uns auf Ihr Projekt, bleiben Sie gesund, auf Wiedersehen.